Willkommen zu Frequent Traveller TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Fin-Air. Fin-Air hat wieder eine Promotion mit 100 Prozent. Das ist das Spannende alleine schon, aber es gibt noch einen Topper. 25 Prozent der Meilen, die ihr kauft, also maximal bis zu 25 Prozent und bis zu 100 Prozent gibt es auch Tierpoints. Das heißt also, ihr könnt mit einem Klick einen Goldstatus bei Fin-Air bekommen. Wie es geht, erzähle ich euch nach dem Intro. Geht los. Wie immer an dieser Stelle, ihr wisst ja, Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, damit wir nicht nur größer und stärker werden, sondern auch, damit ihr keine Folge verpasst, die Glocke anzumachen. Und wichtig ist unten immer wieder kommentieren und diesen Beitrag liken. Also, das ist die Aufgabe. Jetzt geht es zum Deal. Also, was wollen wir machen? Was müssen wir tun? Wir müssen folgendes tun. Wir müssen Meilen kaufen und dann gibt es bis zu 100 Prozent. Gehen wir doch einfach mal die Kategorien durch. Wer 5.000 bis 49.000 Meilen bei Fin-Air kauft, bekommt 40 Prozent Bonus. Wer 50.000 bis 99.000 kauft, kriegt 60 Prozent. 80 Prozent kriegt ihr, wenn er 100.000 bis 149.999 kauft. Aber wer 150.000 bis 200.000 Punkte kauft, bekommt 100 Prozent Bonus. Das ist übrigens auch die maximale Anzahl an Meilen, die ihr bei Fin-Air kaufen dürft pro Jahr. 200.000 Meilen. Jetzt sagt ihr, hm, was kostet der Spaß? Der Spaß kostet 2.575 Euro. Dafür bekommt ihr 200.000 plus 100 Prozent sind nochmal 200.000, sind 400.000 Points. Das sind die Punkte, die ihr wirklich verfliegen könnt, verfrühstücken könnt und abfliegen könnt in Flügen. Zum Beispiel nach Dubai, was ein Sweetspot ist, weil es als Europa zählt. Oder aber nach Nordamerika, da kostet das zum Beispiel 160.000 in der Business Class hin und zurück. Fluggebühren, wir kennen das ja aus der Lufthansa vielleicht, sind 600 Euro, aber nicht bei Fin-Air. Bei Fin-Air reden wir von 10 Euro hin und zurück. Also 10 Euro, 12 Euro oder sowas in der Richtung. Also ganz, ganz andere Werte. Und wenn man das mal ausrechnet, dass man mit 400.000 Punkten 2,5 Mal zum Beispiel nach Los Angeles fliegen kann oder Singapur, das ist doch top. Und wenn ihr dann überlegt, so ein Ticket kostet 3.000 Euro. Ihr habt also 3.000, 3.000, nochmal ein halbes Ticket sind 1.500, sind 7.500 Euro. Ihr habt für die Malen 2.575 bezahlt. Legen wir noch die Steuer ein bisschen drauf, 30 Euro, 40 Euro. Und dann seht ihr, was passiert. Ihr habt fast 5.000 Euro, beziehungsweise sogar teilweise in der Strecke mehr als 5.000 Euro rausgeholt aus dem Investment, das 2.500 Euro kostet. Und wir haben noch nicht mal die Vorteile der Goldkarte reingelegt. Die Vorteile der Goldkarte bei Fin-Air sind natürlich Lounge-Zugang für zwei Personen. Ist der Sapphire-Status bei der One World, das heißt also nicht nur bei Fin-Air, sondern auch bei British Airways, bei Iberia, Japan Airlines, also alles, was One World ist, American Airlines in den USA, kommt ihr in die Lounge rein mit einem Gast. Ihr müsst halt nur ein Ticket haben auf dem selben Tag und da mit dem Carrier halt. Ja, warum macht das Sinn, diesen Status zu kaufen? Ganz einfach, weil wenn ihr den erfliegen würdet, müsstet ihr normalerweise 80.000 Tierpoints erfliegen und ihr müsstet entweder das dann über diesen Weg machen oder die andere Variante ist natürlich über die Segmente. Also wenn man die Segmente macht und das kommt auch irgendwie so bummelig bei 2.000 Euro raus. Wenn man es geschickt macht, kann man es billiger machen, aber es gibt ja keinen Multiplier im Moment, dass man das bei Fin-Air benutzen kann, so wie es bei Scandinavian Airlines ist. Also einfach mit dem Popo in der Couch bleiben, iPad in die Hand nehmen und kaufen. Ich habe es gestern gemacht. Die Aktion, das ist übrigens ganz wichtig, geht bis zum 7. Dezember. Das heißt also, ihr müsst kaufen. Was noch wichtig ist, ist, wenn ihr die Meilen bekommt, die 100.000 maximal, wären es 50.000 Meilen, die euch fehlen, zum Beispiel mit der, mit der Fin-Air die Platin-Card zu kriegen, was dann ein echter Emerald ist, wo ihr dann auch in die First-Class-Lounges reinkommt, könnt ihr rein theoretisch über die Tauschfunktion auch machen. Letztes Jahr gab es ja die Aktion ähnlich. Das war am 15. Dezember bis zum 30. Dezember. Da gab es auch die 100% Promotion und es gab On-Top. Keine 25% es gab. Wie war das nochmal? Ich meine, es wären 60.000 gewesen und man musste dann nochmal die 20.000 durch Tauschen hinbekommen. Faktor war 1 zu 3, also 60.000 oder sowas. Nagelt mich darauf nicht fest. Ich habe das nämlich nicht gemacht, deshalb so in der Richtung funktioniert es. Was solltet ihr noch wissen? Ganz einfach. Der Fin-Air-Status bringt auf Fin-Air natürlich die meisten Vorteile. Welche Vorteile sind das? Das sind Business-Class-Check-In, Lounge-Zugang habe ich genannt. Dann gibt es Internet kostenlos, teilweise, wenn es verfügbar ist, für eine gewisse Zeit. Gold, glaube ich, kriegt 30 Minuten auf einem innereuropäischen Flug bzw. auf europäischen Flügen. Dann ein weiterer Vorteil zu dem Gepäck ist natürlich die bevorzugte Behandlung des Gepäcks, dass man halt das Gepäck schneller bekommt als andere. Kriegt auch Freigepäck dazu. Das sind halt Sachen, die in meinen Augen Vorteile sind bei der Fin-Air. Von der Streckenführung her ist finde ich ja auch interessant, wer nach Asien fliegen möchte. Heißt also, ich fliege von Deutschland erst mal nach Helsinki. Übrigens interessant, wer in die Lounge geht. In Helsinki gibt es in der Lounge meines Wissens nach die einzige Sauna weltweit in der Lounge, wo man ja vor der Reise nochmal schön schwitzen kann. Also da ein bisschen Zeit einplanen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich möchte nochmal jetzt die Award-Charts einblenden, dass ihr das seht, was es gibt. Zum Beispiel, was die Routen an Meilen kosten. In europäisch zum Beispiel in Nordeuropa ist es am billigsten in der Business Class mit 12.500 Meilen. One Ways sind jeweils immer die Hälfte. Also wäre ein Return das Doppelte, wäre 25.000. Oder aber dann, was für mich eigentlich das Spannendere ist, und das ist ja das, was ich gesagt habe, sind Flüge nach Amerika oder nach Asien. Da kann man natürlich auch Economy Class als Return kaufen. Das sind dann 90.000 oder One Way 45.000. In der Business Class 160.000 oder 80.000 für den One Way. Das wäre also in meinen Augen sowas Spannendes. Vom Produkt her, das Hard-Produkt her in der Business Class ist rustikal. Also ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man sagt, das ist luxuriös. Die haben da irgendetwas, so wie Emirates Top of the Pop oder sowas. Ist aber ein solides, skandinavisches Produkt. Ich sage jetzt einfach mal ganz provokativ, wer bei Ikea Möbel kauft, fühlt sich bei Finnair auch wohl. Also ist dieses skandinavische Design. Mit Mari Makko zusammen gibt es ja die Kissen und so weiter. Und sie haben auch für Januar jetzt geteased, dass es eine neue Business Class gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das von Twitter gesehen habt. Da haben die ja so einen kleinen Teaser gemacht, wo man nichts gesehen hat, aber es wird so Großes passieren und so weiter und so fort. Also sowas in der Richtung. Das Business Class Produkt wird wahrscheinlich nochmal aufgepeppt. Sie kriegen ja auch nochmal 3,50er von Airbus geliefert. Wichtige Frage, wie lange ist der Status gültig? Der Status ist immer ein Jahr gültig, also 12 Monate plus den Rest des Monats, den man dann noch hat. Ansonsten an dieser Stelle hoffe ich, ich habe alles gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Video geworden ist, weil ich die Anzeige nicht habe, aber ich hoffe, ich bin unter 20 Minuten blieben, bin ich da auch sehr ganz sicher. Also insofern vergesst nicht, den Beitrag nicht nur zu liken, sondern auch zu kommentieren. Abonnierbefehl am Ende und dann ganz, ganz wichtig, Glocke an, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Aus der Welt der Meilenpunkte und des Status, weil da wollt ihr ja immer informiert bleiben. Also bis dann. Ciao.